Ich möchte euch herzlich begrüßen bei uns im heurigen Stadt Lernhöfer. Ihr seid hier im südlichen Burmland in Neuschick in der Laufnitz. Wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen für Reisegruppen und Betriebsausflüge, und zwar die Landmatura. Bei uns könnt ihr auf spielerische Art und Weise das Leben auf dem Land kennenlernen, und das möchten wir euch jetzt vorstellen. Diese Matura besteht aus den verschiedensten Disziplinen, die mit Hurt und Vierter begleitet, einzeln oder im Team bewältigt werden. Theoretisches Wissen wird abgeprüft. Das lässt so manchen Kopf rauchen. Beim Sensenmähen ist Handwerk gefragt. Dass vor lauter Eifer die Sense zu Bruch geht, das ist kein Malheur. Einen Baumstamm zu durchsägen ist gar nicht so einfach. Der Chef hilft und die Prüfung ist geschafft. Bei der Pflanzenkunde sollen regionale Getreidesorten und Baumarten zugeordnet werden. Zur Stärkung zwischendurch wird die persönliche Straube gebacken. Da gibt es wahre Könner und sehr kreative. Das Ergebnis schmeckt auf jeden Fall. Das Nageln verlangt Feinarbeit und eine ruhige Hand. Hier gilt, Übung macht den Meister. Viel Gefühl ist beim Kuhmelken gefragt. Zum Glück ist es nur eine Attrappe. Wer den Biomost erkennt, beweist einen feinen Gaumen und bekommt die Note sehr gut. Nach der Zeugnisverteilung haben sich die Prüfungskandidaten eine zünftige Matura-Feier verdient. Die Landmatura im Paradiesbetrieb Heurigenstadl Ehrenhöfer macht Spaß und bietet die Möglichkeit, den Teamgeist zu stärken. Ideal für Firmen- oder Vereinsausflüge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017